Na, das ist mein unartiger Kerl. Richtig unartig. Und er verdient ein angemessenes Willkommen. Oder, Jungs? Du hast mir gerade ne Menge Ärger erspart, Batman. Ich bring dich um. Dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nach Mahlum! Seid ihr bereit? Ich suche nach Atlant, Mads. Wo ist er? Ich will nicht umreden hier, sondern zum Arsch treten! Das ist deine letzte Chance. Ich will feuer sein, wenn ich die Killionen auf deinem Kopf rauskomme. Ich will nicht umrühren. Ich will nicht umrühren, ob mir die Killionen gelten sind. Ich will nicht umrühren.